Okay, wir haben geöffnet, wir sind also in dieser vorgebeugten Position. Jetzt springen wir auf und holzen die Arme vor der Brust. Eins, zwei, ja, nochmal, fünf, sechs, sieben, acht, auf, zu. Jetzt lassen wir einen angeschlagenen Winkel mit rechts, angeschlagenen Winkel mit links. Mit dem rechten trennen wir uns nach hinten, mit dem linken wieder nach vorne. Und dazu benutzen wir auch unsere Arme mit rechts, rechter Arm nach hinten, mit links, linker Arm nach vorne. Und dann ergänzen wir noch einen. Genau. Das ist dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein bisschen schneller, ab dem Kreuz, Kreuz. Wir starten von hinten. Fünf, sechs, sieben, acht, Kreuz und Winkel, Winkel, Winkel. Einmal noch. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und zur Musik. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.